Wenn das Grundeinkommen eingeführt werden würde, weil es die Gesellschaft denken kann, dann verändert sich die ganze Welt. A type of freedom that most human beings have never experienced before. Auf alle Fälle ist das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Machtumverteilung. In diesem Sinn ist es auch eine Weiterentwicklung der Demokratie auf das nächste Level. It probably carries with it a rather radical redefinition of work und mit Automation und Cybernation mit uns jetzt, wir werden wahrscheinlich das in unserer Gesellschaft auch machen. Der replacementen von Menschen mit Computern und Roboter wird weitergehen. Wenn du denkst, wenn wir die Zeit nicht mehr brauchen Taxi-Drivers? Ich denke, es ist die Zukunft. Natürlich ist es finanzierbar. Wir all could go on perpetual vacation. This land was made for you and me As I was walking gleich nachdem